Jo, was geht ab Leute, hier ist wieder euer David. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, lasst mich darüber sprechen, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, dass ich so viel im Internet unterwegs bin, dass ich so viele Kontakte in verschiedenen sozialen Netzwerken habe und der Grund ist das soziale Element im Musikerleben. Das soziale Element im Musikerleben ist, ich möchte heute mal darüber sprechen, warum ich so viele Kontakte in verschiedenen sozialen Netzwerken habe, in denen ich drin bin und warum mir das so enorm wichtig ist. Da gibt es einen Grund und zwar, das ist das sogenannte soziale Element im Musikerleben. Für mich ist es enorm wichtig, dass ich so viele Kontakte habe aus dem Musikerbereich, weil schlussendlich hat man die ein und dieselbe Leidenschaft und das ist die Musik. Musik und Musik wie viele Hobbys oder sogar Berufe, die verbinden. Man hat quasi sehr viele gute Kollegen in allen Bereichen, was das Musikerleben betrifft. Und gerade ich als Schlagzeuger bin natürlich stolz darauf, mit sehr vielen Schlagzeugern in Kontakt zu sein, mit sehr vielen Schlagzeugern zu tun zu haben und das ist natürlich eine Sache, die begeistert mich einfach und die gefällt mir auch. Ja, deswegen ist es mir also enorm wichtig, so viel wie möglich in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen zu sein, die Musik machen und dabei ist es mir egal, ob sie Amateur sind, Hobbymusiker, nebenberuflich Musiker, hauptberuflich Musiker oder ein Star sind, denn schlussendlich gilt die ein und dieselbe Leidenschaft und das ist die Musik und deswegen bin ich so begeistert, auch mit sehr vielen verschiedenen Leuten über das Internet in Kontakt zu sein, wo ich mir nie gedacht hätte, dass sie mit mir in den Kontakt treten wollen, dass sie mit mir reden wollen und das ist schon was ganz, ganz, ganz Besonderes. Deswegen bin ich so oft und so viel im Internet unterwegs und in den sozialen Medien, weil mir das einfach sehr, 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 sehr wichtig ist und ich diese Kontakte sehr gerne auch beibehalten möchte und deswegen, ja, ist es der Fall, dass ich sehr oft im Internet unterwegs bin und mich jedes Mal freue, wenn ich neue Kontakte habe oder wenn ich ältere Kontakte wieder treffe, um mich mit denen zu unterhalten. Ja, somit ist dieses Video also beendet. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Teilen der Videos und vielen Dank einfach für alles und man sieht sich im nächsten Video wieder. Ciao. Ciao. Ciao.